diese dreck sicher hier den spinn nützen da sein feuer oder das brennt manche brennen auch nur die kleinen scheiß klatsch hat meine welt der luft springen so auf so springt man den welt in luft ich habe nichts gemacht war das nicht weil weiter können wir nicht wohl doch hier war doch was ist denn was hab ich denn hier gekriegt noch so ne sniper achso wir hätten ja einfach den um achso wir hätten ja hätte hätte fahrradkette müssen aber nicht die fähigkeit habe ich schon wieder auch da ist komm ich hier wieder hoch hängen Prozent herrungen lang da die sind eigentlich fahrmlos keine wirkliche feuerkraft so sind wir da kommen wir da lang ja die schasse stinkt ja voll wollen wir hier lang gehen das ist nämlich wenn du willst warte mal ganz kurz zu spät was zu spät bei diesen nerven dinger die spider wetzner da kommt kleiner und dem wirklich schaden durch meine fähigkeit mit dem schild bekommen na klopf klopf hallo wie man zuhause leider nicht anscheinend kommt immer schön auf den sackballern dann gibt es kritischen schaden hinter dir ah guck mal da ist er da ist ja schon mal einer von denen kundel in den könnten 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 die sätze mehr fähig ja musikler da da lang naja immer wo es ärger gibt ja schon mal nicht mehr ja ich muss unbedingt eine pistole wechseln hier so kleine feuerpistole die bringt mir das ist ja was man sehen was das schönes drin ist nix besonders bestimmt waffen sich schon wieder hier die nehme ich mir erstmal alles in blau und die haben noch gleich alle guck selber nach dieses als meine momentan das war noch kleine smg oder sowas wie die heißen wenn also wenn wir nachlesen das macht auch so schön deswegen lasse ich das mal nicht explodieren munizierung doch da ist es daum oh du bist das so gemein biesche punkt das hat so schön gebrannt eben ah jetzt ich komme da kommen sie weißt du durch die scheiß Sonne nicht ne 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 da könnt ihr mal still sitzen bleiben hier nein können sie nicht ich merke boi ernst ja ernst boi jetzt weg mit denen hause ein bisschen heilung ganze muniz ganz im muniz weg ist sie weg ist er ist normal so Penis ehrlich so da gibt es mich waffen ich will hoffen dass es hier auch so eingestellt ist ja dass hier die guten auch drin sind kriegen wir die denn überhaupt naja muss irgendwie warte warte wo ging das glaub ich hinten ging das Kabel lang oder das ging hier drüber ja das muss irgendwo da hinten sein wieder ja ok ich nehm ihn na komm her ja nehm ihn dir nehm ich auch noch in so ne kiste oben naja da kommen wir gleich auch hin naja nix weg ich mich dabei aber auch seit mein sagen zack komm zu selber noch mal nach ja da oh blow schruttländer oh so eine kann ich wieder gut gebrauchen ja den nimm ihn doch hab ich jetzt einfach nichts gebrauchen ja den nimm ihn doch 24 mal was haben wir denn hier schönes tun die das sie geht äh was ist das naja ich hab ausgemacht schon also hast du schon ausgemacht ja bin schon wieder hinten bin schon wieder hier alles nur i sehr ernsthaft ja wenn wir eine ausgemacht das ist natürlich kack vielleicht sind hier mal gute waffen dann das ist eigentlich das gute daran aber die raus können ist nicht oh ich hab was falsch gewechselt brauchst du nicht ne dann ne ja gibt nicht so ach so meine mit auch mal so ich schmeiß uns auch die rotzwaffen weg ne ja ja alles gleich scheiße guck mal auf den brunnen raus ja ja springe mich doch an ist klar hier aber nicht auf dich wer der spring 10 ne ja ey ja die kleinen nerven wenn ich es anspringt aber wie hier toilets canate gerade schießen wenn die weg hat 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 dann kommen wir kleiner scheiß hinter mir das fällt ja ein da ist auch noch schön das oder nee das noch nicht noch schlimmer wie die noch flammenscheiße dass das nervig in diesem level meine fähigkeit ja wo kommst du besser denn hier mit einmal halt die fresse ja sind wir auch dann lass uns mal zum laden gehen und kürzer kaufen ich wollte ja was denn wenn ich unverschämt sein aber meins was denn hier wo ich bin ich brauchte neue schützengewehr ich habe ja ein gutes was anderes ist das jeweils ich bin dann mal runter tschüss äh nimm ich noch mit zum verkaufen ähm ja was haben wir denn da für scheiß das kann weg das 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 behalte ich noch das kann weg so auch schon wieder ein bisschen geld was soll man hier beim dock oh ja wohl da habe ich eigentlich alles gut wollen wir auch relativ voller alles außer die wache die man sowieso dauerhaft nutzt wenn man sieht aber kommt hat mir nicht so umgehen und ja hohen können ich bin überlegen man ja nee oder kann man da wieder hoch weil hier kannst du auch dahin ich bin da überlegen ob da hoch kam und hier kommen auf jeden fall gleich ich frage mich gerade auf die hoch da gab es nicht nochmal einen anderen weg anstatt so weit rum ja weil sie bei den drachen da oben kommt doch bestimmt auch irgendwie dahin naja auch mann ich will nicht weit so leicht laufen ne ne normalerweise nicht ok ach komm weißt bei jedem spiel geht es bei borderland wieder nicht ne achte mach ich karte karte so verrägert dann könntest du auch irgendwie noch lang laufen ja konnte doch einmal so rum und dann müssen wir echt so andersrum wieder laufen ach wir durchqueren jetzt einfach das land hier ja haben wir nochmal gucken ob wir jetzt geld und waffen finden ist immer gut ja 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 schon wieder ein schaden ja das stimmt typ ja 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 keine ahnung ja keine ahnung Jörg das hat jetzt die Fische ich bin nicht direkt an ich schlage die ganze wenn ich nachhören kann mpx Riener im Moment ich bin immer noch irgendwo konnte man nämlich noch lang man konnte mehrere Wege gehen ich höre schon wieder ja das dinge ich treffe noch nicht mal manchmal wiedersehen wiedersehen ja doch hier waren wir schon ja hier sage ich ja irgendwie muss man doch auch so rum kommen eigentlich wollte ich an den guten Waffen aber ich weiß auch nicht warum das hier ist keine Ahnung wo ich alleine gespielt um zu viert gab es immer da gute Waffen immer ne wir haben so kack Waffen eigentlich ja nicht wirklich gute Waffen aber schon ein bisschen gute Waffen bin froh dass ich Schrotwinter habe auch nur ein bisschen gute Waffen ja dass du gerade noch so auch wenn du stirbst dass du noch gerade so rankommst mhm nein oh na kommt er zu mir das ist viel schwer das ist stark ne hinten auf dem Sack hinten siehst du hinten auf dem Sack ne ja diesen komischen Beutel wenn du da trisst dann gibt das richtig Schad dann sind die auch manchmal auch verwirrt ok weißt du da hast du noch da hast du noch eine kleine Kasse also wegboxen klatsch 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 ja wieso nicht ne na wieso denn nicht wieso denn nicht mal alles einsammeln ja mach ruhig so na du machst das ja schon ja ist klar ok machst du doch machst du doch